Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Boris Becker und ich bin Kapitän von AIDA Nova. Ich stehe hier vor dem imposanten Bug von AIDA Nova und vor dem Kussmund. Der Kussmund allein auf einer Fläche von ungefähr 250 Quadratmetern. Nach einem Entwurf und Idee von dem Rostocker Künstler Felix Büttner, wie auf allen unseren AIDA-Schiffen. Was ist hier vorne noch zu sehen, wenn man ein bisschen Eindruck von den Größen hat? Von der gelben Kante bis zum Anfang des Kussmundes, da sind es ungefähr zwei Meter. Und so kann man sich vorstellen, was für eine Größe der Bug von AIDA Nova hinter mir hat. Was sieht man hier noch auf den Seiten? Das sind die Zeichen für unsere Bugstrahler. Davon haben wir ganze vier Stück. Die geben uns genügend Kraft, um das Schiff auch bei Wind an die Pia zu bringen. Im Beach Club, da waren wir ja schon einmal. Ich möchte Ihnen heute trotzdem noch mal einen kleinen Einblick gewähren, denn hier hat sich viel getan. Die Kuppel hier oben ist schon fast fertig. Es fehlt nur noch die Folie darauf und die Gerüste. Die sind auch verschwunden auf dem Beach Club und jetzt sieht man mal ganz schön, wie großzügig das Ganze wird. Und kann auch schon den Pool und alles andere ein bisschen erkennen. Und wenn Sie noch mehr über AIDA Nova wissen wollen, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und Sie sind immer als allererster mit dabei.